Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal und ja Leute heute geht es um ja dieses Textion Pack, also ihr seht schon ich bin, also ja sonst spiele ich ja meist mit welchem von mir also jetzt natürlich nicht immer, aber in letzter Zeit halt, weil ich gerade eins fertig gekriegt habe und so kann man irgendwie auch verstehen und ja das hier ist aber ein Pack was ich schon ein bisschen habe und mir ist so aufgefallen, ey, ich könnte es ja mal wieder benutzen und gleichzeitig, wer es nicht kennt, kann ich es ja mal zeigen, Leute guckt euch dieses Pack an, es ist einfach Blue Angel Edit, jetzt Blue Angel Purple Edit heißt es hier könnt ihr euch gerne runterladen, ich verlinke den Macher natürlich und das Pack natürlich auch könnt ihr euch gerne holen, ist einfach unglaublich geil damit zu spielen und ich dachte mir, hey, das verbinde ich heute einfach mal mit der Runde weil ich habe mir mein Pack ein bisschen überzockt, kennt ihr wahrscheinlich, ihr spielt und spielt und spielt und spielt und spielt und geht euch in meinem Halsmaul okay, treffe ich, ja, perfekt, in der Mitte, ist natürlich ganz geil okay Leute, ja, ich werde demnächst wahrscheinlich auch wieder mehr streamen, mache ich ja schon, aber ja, für alle, die es noch nicht wussten ich muss mal gucken, wann dieses Video kommt ja okay, ich würde, heute wird es mal eine ganz kleine Runde und, nein ich mache doch noch eine ja Leute, ich gehe direkt weiter auf Sorcery ähm, und ja, also ich muss sagen ähm, runterfallen ist mir heute schon öfter mal passiert das ist halt wirklich belastend wenn du so instant immer runterfällst vor allem Leute, ihr kennt es wahrscheinlich alle ihr habt die beste Runde, ihr seid im Finale und ihr fällt runter man denkt so really, nigga es ist halt einfach, oh, ist das belastend, Alter okay, ähm, nice also, gerade ist Gorme leer, das heißt, wenn man mal in eine volle Runde kommt, fängt sie gleich meist schon an wie jetzt gerade, okay, hat, also auf der Map gibt es keine Dias was fünf fünf, okay weiß, macht gleich viel Damage alter ich mache mir jetzt aber ein Eisenschwert das macht, glaube ich, sechs ich muss verzaubern ich bin eigentlich immer so Eisenschwert nee, lieber und nee, lieber nicht verzaubern, aber ich mache es jetzt mal trotzdem weil ja, sicher ist sicher ach komm, trank das wie ach komm, nimm mich mit scheiß drauf oh lol man kann Kakteen da reintun? das wusste ich nicht mal what the fuck also okay mh Mitte ist auch einer der ist wahrscheinlich fulloko guck ey, wenn das der aus der Mitte war naja, Leute auf jeden Fall, ihr seht schon die Tränke zum Beispiel oder die Herzen einfach sieht einfach alles so geil aus ich würde es euch echt empfehlen das mal auszuprobieren jedem, dem das jetzt nicht so gefällt ist natürlich Geschmackssache okay, aber wirklich noch keiner nice und ja, also ja was soll man groß dazu sagen ist halt wirklich Taxi-Packs sind halt wirklich Geschmackssache ich mache zum Beispiel eher kleinere Schwerter es gibt einige, die mögen große Schwerter ich kenne sogar Kilian zum Beispiel mit dem stream ich ja öfter mal der mag zum Beispiel überhaupt keine Taxi-Packs was ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann weil wenn jemand keine Taxi-Packs mag denke ich mir so was du magst das nicht als ob Taxi-Packs sind doch so cool aber Leute es gibt immer Sachen Alter ich habe meinen Helm gemacht ich brauche ich fall nur runter heute Alter ich bin eine Gefahr ich bin eine größte Gefahr für mich selbst Alter heute sind es nicht die Gegner die mich killen sondern ich ich bringe mich einfach gefühlt den ganzen Tag selbst um Leute okay hier war auf jeden Fall mal einer jetzt wäre es gut wenn wir vier Spielern und noch Leute wartet doch mal ich will mitmachen hallo das kommt davon wenn man sich einmal nicht in den Kampf einmischt ein einziges Mal unser Schwert hat sechs Artikel okay und Rückstoß das geht voll das geht klar Leute das geht klar das geht okay ähm so hier rüber wurde auch gelootet schade aber wir haben jetzt einen Wasserhainer soll ich mich in die Mitte da hinten ach Gott bis der da ist bin ich in der Mitte ach ja was ich nochmal zum Pack sagen wollte ich finde einfach die Rüstung sieht einfach die Diamant Rüstung verzaubert sieht einfach unglaublich geil aus also okay das war's ja ja komm so und dann wären wir in der zweiten Runde nice und ja Leute oder dritte Leute ich weiß nicht ich habe jetzt ohne unabsichtlich zweite gesagt weil ich weiß nicht eventuell auch die dritte weil ich habe eben eine Runde gespielt aber ich weiß halt nicht ob ich die nehmen soll weil ich einfach richtig dumm gestorben bin und Leute ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben ob ich sie nehmen soll oder nicht ja jetzt jetzt müsst ihr schreiben also keine Ahnung ich werde mal gucken ob ich sie nehme Leute was ich noch sagen will der Goldapfel guckt euch diesen Goldapfel an Alter Best EU daher habe ich übrigens auch den aus unserem natürlich natürlich ist der Supreme warum denn nicht komm gleich Basti was er ist runtergesprungen oh rip alter rip ich habe nichts im Safen warum denn noch nicht ok jetzt muss ich mir ein bisschen Holz holen ich habe heute eine Steuerung gehe nicht alter oh diese Kombo am Ende alter göttlich ok ich geppel jetzt for free lohnt sich Leute immer for free geppeln weil wenn dann mal eine Erzsituation ist könnt ihr nicht geppeln im Kampf ist geppeln eigentlich außer wenn ihr full dear seid weil dann tankt ihr aber wenn ihr nicht full dear seid oder also nicht viel dear stuff habt dann lohnt sich geppeln im Kampf überhaupt nicht weil ihr geht so schnell down das ist dann echt nicht normal oh er hat sogar noch drei cobwebs geplaced alter nicht schlecht ich habe überlegt ob ich mehr badwars spielen soll werde ich nein es reicht es reicht ich fall nur runter